wir sind back mit einem neuen haugen und zwar kleb kleb wir wissen gar nichts über das game gar nicht gespoilert ja mann wir starten rein leute daumen hoch für mehr neue haugames jetzt leute rein da das leiden rein finde maxims haus okay ist so für den weib die grafik nicht wundern leute den miesen bizeps also wir sind lange arme fett lang keine beine wir haben nur arme aber egal müssen wir nicht beine trainieren perfekt was machst du hey kollege tut mir leid ich suche ein haus kannst du mir helfen sicher welches suchst du ich suche maxims haus er hat mich angeheuert um zu arbeiten während er weg ist maxim klingt interessant er fragt mich eigentlich sonst dass ich aufpassen ok ich bin marco budowski ok schön dich kennenzulernen marco wo ist das haus natürlich es ist zwei häuser runter meins ist genau hier unser nachbar savo in der mitte und dann kommt maxims platz also zwei oder weiter okay du kannst es nicht verfehlen als klar bro danke marco kein problem jetzt ich habe ein haus automationssystem ok es macht dein leben einfacher ist kontroll also kontrolliert die lichter temperatur kann man einstellen und das security system sehr nice ok ist gut an warum hast du das geholt weil ein paar geschehnisse hier passiert sind ok 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 leute 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 aber eigentlich weil unser nachbar savo eins hat und hört nicht und er hört nicht auf darüber zu reden ok er ist auch im urlaub nachdem er es installiert hat und er hat irgendein system noch installiert ok während er weg ist kann er dann das haus beobachten ok dann viel spaß dabei danke für die anweisung wo der wohnen kein problem wenn du irgendwas brauchst ich wohne hier bro ok anscheinend ist es echt notwendig in der gegend auch ein sicherheitssystem zu haben da viel abgeht leute dieser bruder hat sich eines geholt der ist im urlaub der ist das jetzt auch geholt also und installiert das und wir sollen auf dieses haus hier aufpassen muss seine gründe haben warum man das installiert ja man aber natürlich aus hier jeder käme gegend wir haben unsere amihäuser oder auch das system also hier wird gefilmt vielleicht auch blöf kann auch sein aber ja das ist das haus ok geh ins haus oh shit achso die schlüssel sind hinten schlüssel hinten im garten steppe rein finde den schlüssel im garten oh hübscher garten mit teich ah ein blumentopf ist der nice nice crib sieht nice aus ok hier sind die gucken ob die funktionieren ok wilde vibes hier kleiner teich ist atmosphärisch bis jetzt ne was ist das denn dann mal rein in die schmale tür also wenn man pumpen geht wird es eng mit breiten schultern alles automatisiert ja das ist wegen dem smart aus ok smart aus man kommt rein licht geht an hier danke fürs haus setting check die mailbox ab ok pflanzen gießen sollen wir und den müll ausbringen ok cool dann können wir lichter an und aus machen in jedem raum ps wenn du fertig bist gönn dir was in der küche wir dürfen sie was gönnen da wurde auf jeden fall pizza gefetzt wie ich sehe to do liste was hat der denn hier ach so dass dieses system nur 100 dollar easy ok wir sollen ok wir sollen sie umgucken was ist die musik hier die knochen alter was ist das sind das knochen im müll oder alter warte vielleicht haben wir einen hund ok vielleicht haben wir einen hund keine vorurteile bis jetzt hier ist fleisch einfach trocken legt ihr fleisch auf was kein menschenfleisch sind einfach patties ohne cola ist gar nichts ok keine eiscreme ich habe das gleich irgendeinen raum entdecken der verschlossen ist meinte ok können jeden raus was dass das wir müssen automatisch auf jetzt das deswegen deswegen klepp 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 köln lichter an und ausmachen lecker pizza der pizza einfach gelassen wir sind auch nicht aufgelassen dass hier staub drauf Okay, wir machen erstmal eine Roomtour. Jeden Raum abschicken. Sollen jeden Raum abschicken. Ganz wichtig. So bleibt es okay. Wir haben hier ein Badezimmer am Start. Gase. Sieht bis jetzt ganz entspannt aus. Okay, das ist ein Gang nach draußen. Ich mach einfach mal alle Türen auf. Muss jetzt nichts auffälliges, was komisch ist oder so. Alles im Griff, ne? Nur diese knochen im Müllraum. Bisschen komisch. Oh, shit. Oh, warte mal, da war schon etwas spezieller. Nicht reingehen. Alter, ich wusste es. Wie soll nicht reingehen? Ich wusste, irgendwas ist da los. Leute, wir gehen rein. Oh, er ist zu. Der läuft irgendwas ab. Stell dir vor, du babysittst ein Haus, ein Zimmer ist zu einfach. Oh, das ist kurz die Tür so voll die Stahlschule. Oder ist jemand drin? Safe. Digga, locker leicht in den Fässern, Alter. Zeitschrift. Ein paar Bilder von dem, Bruder. Erstmal auf den Boden werfen. Ja, Mann. Ein paar Nerds. Ein paar Nerdies. Hä? Hier ist noch ein Buch. Das ist 616. Banger Game oder was? Simpler Raum. Okay, trockener Raum, ne? Einfach nur ein Schreibtisch, nicht mal PC oder so. Ja, Mann. Okay. Was haben wir hier? Oh, oh, oh. Oh, oh. Noch ein Badezimmer. Digga, was ist das für Enten, Digga? Noch ein Badezimmer. Der soll ich bade mit Enten. Können wir Wasser anmachen? Nein. Okay, sie hat zwei Bäder. Das ist nice. So, das müsste Schlafzimmer sein. Das müsste Schlafzimmer sein. Let's go. Oh. Wo gehen die Türen im Automat zu? Okay, der Haus sieht normal aus. Oh, bestimmt die Entwickler oder so. Okay. Jeden Raum begutachtet. Sieht schon mal aus. Genau. Holen wir erstmal die Mail. Und gucken mal, was wir zu tun haben. Machen wir unsere Aufgaben hier erstmal, ne? Also Crip geht fit, oder? Nur komisch, dieser eine Raum, der jetzt zu ist. Der eine Raum, der ist noch offen. Das ist sehr komisch. Egal. Klärt sich mal auf, Leute. Was ist das für ein Geräusch hier? Ach so, mit einem fetten Ventilator. Oder Klimaanlage. Okay, wo ist die To-Do-Liste? Oben steht... Da, Check. Da, Mailbox. So, gucken wir mal, ob wir etwas haben. Bitte Hilfe. Kim Carl Saxon. 25 Jahre alt. Das steht einfach sein Gewicht und alles. Wurde gesehen, bla bla bla. In irgendeinem Park. Hat schwarzen Sweater. Okay, der Bruder ist vermisst. Okay. Rest in Peace, Bruder. Missing... Oh! Ein Haushitter, der vermisst wurde. Ein Haushitter? Wir sind auch Haushitter. Leute, das ist kein gutes Zeichen. Hört sich an wie ein Anfang von der Horror Story. Erst mal umgucken darauf, ne? Ich wundere mich, was passiert ist. Okay, alles sortiert. Okay, gießen wir die Blumen. Ja. Shit, wir machen lieber die Tür zu. Langsam wird's creepy. Ah ja, Müll müssen wir rausbringen, unter anderem. Gegen die Garage. Ach so. Garage und Wasser holen. Ah, Gießkanne. Okay, ist hier Wasser drin? Wow! Ben! Da ist der Schilder schon lila! Ohhhhhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhh! 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 Lange nicht mehr gesehen, Ben! Hau uns! 60 Euro auf trocken raus! Danke für deine Zuprox! Krass, ja? Crazy, Bruder! Lange nicht mehr gesehen, aber freut uns immer wieder, dass du reinschaust! Auf trocken ohne Nachricht 60 Euro, Ben Bruder! Ehren, Mann! Ehren, Ben! Ehren, Ben! Crazy! Vielen, vielen Dank! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Cremige Halskürzung! Ähhhhh! Achso, muss ich jetzt rotieren hier? Oh! Nice! So, ein bisschen näher! Let's go! Let's go! Let's go! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Let's go! Ähh! 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 Okay, nice! Eins von fünf! Achso, alle! Okay, alle Büsche schön gießen! Hier ist einfach unendlich Wasser drin! Wir in den unendlich Wasserglitsch! Achso, da ist ein Balken! Von anderen und Dauten, so viel Wasser, die ertrinken noch! Ich hab das Gefühl, irgendwas passiert doch mal ein bisschen so ein Balken! Oh, ein sehr komisch Gefühl! Aber ich denke mal, da haben wir alle gegossen! Ja, wir müssen auf alles achten! Ehren, zu, pop! Oh Gott! Ehre, Ehre, Ehre! Bisschen durchschwemmen! Wir sehen deine Nachricht! Marvin, Kevin, könnt ihr mal Granny spielen! Komm, save auch noch! Oh, ja, Mann! Haben wir noch nie durchgespielt, ne? Ja, noch nie! Komplett durch! Das ist ein bisschen komplex, da brauchen wir mehrere Versuche! Da muss man schon dranbleiben, auf jeden Fall! Aber können wir mal versuchen, durchzuballern! Save, save! Let's go, let's go! Okay, weiter! Noch zwei von... Zwei Pflanzen noch! Wer ist da? Oh mein Gott! Das sind Schritte! Da ist jemand! Hinterm Zaun! Da ist jemand! Alter! Da lassen wir doch glatt die... Gießkarte fallen! Warte, warte! Boah, wie gruselig! Wir atmen! Ey, wie creepy! Egal, wir gießen weiter! Alter! Oh shit! Alter, richtig creepy, ne? Boah, ekelhaft! Wir gießen und der ist vielleicht in unserem Nacken drin! Oh oh! Egal! Egal! Egal, vielleicht nur der Nachbar? Genau, könnte ja auch sein! Ich will ja mal gucken, was wir machen! Die letzte Pflanze! Let's go! Okay, er ist ein bisschen verledigt! Er ist ein Müll rausbringen! Na mal, der Müll, wo diese komischen Knochen sind! Ja man, was ist das! Wir haben nicht mal einen Hund, Alter! nicht dass der besitzer noch hier ist das mal vor heute der andere was für die leichte entsorgen alter der kam nicht reingebeamt okay wir können auswählen du hast mich zu tod erschreckt wer bist du okay dass mich zu tod erschreckt natürlich ich will dir ein paar fragen stellen okay okay sicher über was es gibt reports dass es komische sachen hier in der area gibt leute sind verschwunden und komische phänomene wir investigieren in diesem bereich alles klar ja habe ich gehört alles gut hier ich bringe nur den müll raus bist du sicher wir glauben es gibt mehr in dieser nachbarschaft als man glaubt ja 100 prozent ich hole nur ich ich tue nur den müll raus weißt du nicht dass er jetzt wirklich eine leichte ist in dem müll okay halt deine augen offen wir müssen auf den grund gehen von der sache natürlich danke inspektor kein problem stay safe okay bro okay okay leute wir melden uns fbi open up fib einfach copyright oder was der vermanter ist einfach so okay nice okay wir sollen in die kirche uns was gönnen ja so bist du vielen dank für die sechs euro fett nack auf trocken ja mal ganz trocken ohne nachricht ehre bruder okay der step weg wir gehen rein wir sollen uns was gönnen oh mein gott hey vielleicht kommt er aus dem raum der abgesperrt ist safe nein inspektor wir sind einsam allein hier das ist echt gruselig mann ich mach Licht ab er ist da er kommt doch locker aus diesem ein abgesperrten raum weil wir waren ja sonst überall was macht er da geh nach oben wir müssen auch keine chance leute wir müssen auch klatsch bruder das schild ist weg das schild ist weg das liegt hier guck mal ob offen ist hier ist immer noch verriegelt wir müssen hier raum ok alles keine veränderung alles clean mann was ist das war das eben schon da könnte auch nur so ein dusch ding sein so handtuch halterung irgendwie sowas ne ok alles clean hier ist zu bruder auch alles clean ich bin müde ich muss wohl müde sein ok wir sollen was essen dann gehen wir pennen ok vielleicht achte falls er schreibt safe 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 ok shit alter hauptsache der inspektor geht weg hier geht es auf einmal ab na egal wir gehören uns nen snack hä? wow das fleisch ist weg guck mal oben im froster ey der hat das eiweiß geklaut nein unsere gains der hat sein eiweiß gesaved und wir nicht unser bizeps huh? die sind fruit loops auf einmal der hat sich alles vorbereitet bruder die pizza ist auch weg der hat sich bedient ne hä? woher kommt das? aber egal wir essen die jetzt einfach ok wir nehmen die einfach ohne fragen ohne reden wir gehen hoch essen ok wo ist unser zimmer wo sollen wir die hier essen achso im Bett hey oder die Tür geht zu nice ok gehts nochmal so leute wir snacken erstmal hier unser ok wir snacken im Bett oben im Fernseher willst machen einen schönen DVD Abend hier kuscheln uns einen in die Decke let's go let's go das muss weg ein bisschen cream dann kriegen wir noch Albträume ok können wir jetzt essen oder achso machen wir noch einen Fernseher natürlich ähh Jungs let's go erstmal Horror Streifen Gun oh nein hey das war doch die Tür jetzt grad ne ich glaub wir sind eingepennt und die Tür hat grad ein Geräusch gemacht 2 Uhr ja wir sind eingepennt oh krass Leute passt 3 Uhr nachts 17 Minuten wow das ist auch nicht so dannere ist und die Tür dass wir sind ach das ist das ist aber wie die Tür das ist ist da da Oh shit, hier lebt jemand. Was ist das da? Fernseher und so. Was soll das sein? Was soll das hier? Wir haben doch was gebastelt, ne? Ja, man. Ja, guck mal, unsere Arme, wir haben als ob wir so ein... Einfach gelb geworden. Auf jeden Fall hat da jemand sich versteckt, ne? Ja, man. Sonne. Oh shit. Alter, das ist... Ey, es geht hier um was größeres, Leute, ne? Das ist... Puh. Okay, es klettert jetzt ums Haus herum. Was war das? Oh mein Gott, wir müssen raus! Wir müssen raus! Scheiße, Digga! Der Gartner hat den. Rauf! Der Gartner hat den! Weiß ich! Ha 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 ha! Schuss! Gartner hat den, Alter! Schuss! Wohin! Raus! Raus, Digga! Der Gartner, Alter! Garage, Garage! Ja, Garage! Nein, es ist alles zu! Es ist alles zu, Bruder! Was soll ich machen? Hä? Hä? Nein. Wollte unsere Geräte gebrochen? Kackt's war... Du hast Chiropraktika... ...adjustment bekommen. Wir haben verkackt. Ach so, war ungepackt. Digga, das ging jetzt voll ab, ne? Okay, wir gucken mal, wo wir dann abhauen können. Wir haben uns kein Problem. Ich kann die aufmachen. Oh, nice! Vielleicht können wir hier dann raus. Mal gucken gleich mal, ob wir da landen können. Das macht die Tür auch auf. Aber geht gar nicht. Auch die Fenster abstecken. Oh, shit! Oh, shit! Okay, okay! Oh, Gas! Hä? Shit, wir kommen nicht raus! Oh, shit! 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 Bro, wo hin? Neben der Tür. Du musst beim Fenster raus. Welches Fenster? Welches Fenster? Ah, da wo offen war? Oben war da ein Fenster offen. Wo der auch raus gegangen ist? Ja. Okay, okay, okay. Wir halten die auch. Digga, einfach Frank bestehen, Digga. Was ist das? Na egal, wir schaffen das jetzt. Hocken das! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! In die Ende klatschen, dann klappt das! Hey, komm doch! Häng dich! Okay, okay, okay. Okay, 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 let's go! Hier raus, dann! Eigentlich! Dann später, ne? Der kommt von da! Wir müssen den in eine Runde drehen, oder? Ah, hier ist auch offen! Da ist auch offen! Welche sollen wir gehen? Da ist oder im Schlafzimmer? Wir gucken mal, ob wir jetzt so eine Möglichkeit haben. Ist ja dann markiert, ne? Ja. Oh! Er ist da, er ist da! Okay, okay, okay! Müsst du den erstmal unten? Oh, nee, da komm ich nicht vorbei! Oh, shit! Oder ist der einfach schwarz, Alter? Ja, Mann! Sick! Unter der Tür? Okay, ich muss den dribbeln, ich muss den dribbeln! Ich lock den hier an, dass er hier kommt, dann geh ich hier! Oh! Oh, Alter! Oh! 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 Geh raus, Bruder! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Bruder! Oder mussten wir unten erstmal den Tür beteiligen? Weil die markiert war! Weil die markiert war! Boah! Hä, woher? Aber es kann sein, dass wir die Tür anklicken müssen, die war ja markiert! Welche Tür? Die Haustür! Ach so, Eingangstür! Das Spiel will vielleicht, dass wir erstmal das anklicken? Ach so, Eingangstür neben das Fenster hoffen oder so! Neben der Eingangstür! Oh, ich hab ja kein Fenster gesehen, krass! Ja, vielleicht kommen wir jetzt auch... Okay, okay, okay! Da kommt auf einmal das... Ah... Woah! Ja, GOD! Okay! So, ich freuebe mich ihm auf jeden Tag! Und balloongeie immer wieder... next Up wir reins. Bis zum nächsten Mal. Okay, auf einmal! P looking! Sto! Bis zum nächsten Mal. bevor die reine hier! Wow, wow, wie scherz ist denn? Ah, klar. Okay. Okay, der geht. Der geht. Inspektor! Kommt der noch? Oh, Leute. What the hell was that? Okay, wir müssen uns verpissen. Wir müssen einen dicken Abgang starten. Das war's mit dem Job. Direkt kündigen. Oh, da. Okay, scheiß aufs Geld. Wie können die bin? Direkt, direkt. Okay, ich bin so lange ran, bis ich die Polizeistation gefunden habe. Während den Investigationen von Marco... Ach so, wurde Marcos leblose Leiche in dem Haus gefunden, währenddessen Maxims Überreste auch gefunden wurden. Maxim war das Haus von dem, oder? Ja, ja. Oh, das war in dem Müll drin von dem. Alter, da war der selber dann der Besitzer. Der Nachbar Swaro ist auch verschwunden unter komischem... Oh Gott. Der wurde aber nicht gefunden. Krass, der war echt ein Müll dann, das waren ja seine Knoppen. Okay, diese Kreatur wurde nie wieder gefunden. Okay, krass. Die ganze Nachbarschaft wurde auseinander genommen. Okay, dieser Fall bleibt ungelöst. Lässt ein Mysterium zurück. Danke, wir spielen. Let's go! Wow! War crazy. Die Gestalt war schon... Das war auch was ganz anderes, ne? War richtig geil. Nice. Messi, vielen Dank für die 2 Euro. Na, Bro. Wer hat die besten. Hashtag-Glock aktiv. Ja, man. Geiles Game. Clapp, Clapp. Ja, man. Daumen hoch. Für mehr solcher Games auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr kein Video. Jetzt, Leute. Und ja, man. Ansonsten, wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch-Up ab. Link in der Beschreibung. Link in der Beschreibung. Und... Das war das beste Video. Peace!